Wer wohnt unter der Erde? Wir! Wer ist unmittelbar sozial abhängig vom System? Wir! Wer hält das System durch seine Hände Arbeit aufrecht? Wir! Wer profitiert von eurer Hände Arbeit? Die da oben! Was seid ihr? Arbeiter! Nein! Was seid ihr? Sklaven! Nein! Was seid ihr? Sag es uns! Sag es uns! Idioten seid ihr! Dummköpfe! In euren Morgen, euren Mittag, euren Abend, euren Nacht hinein schreit das System nach Antrieb, nach Futter. Ihr seid das Futter! Ihr seid das lebendige Futter der Maschinen des Systems! Ihr werdet gefressen und danach wieder ausgekotzt! Warum lasst ihr euch fressen von den Maschinen? Warum opfert ihr euch auf dem Altar der Rendite? Auf dem Opfertisch des Wirtschaftswachstums? Warum steht ihr nicht auf, ihr Dummköpfe? Ihr seid Zehntausende! Ihr seid Hunderttausende! Warum schlagt ihr nicht das Tod, was euch konsequent selbst zerstört? Ihr seid die Herren des Systems, denn ihr habt es erst möglich gemacht. Dreht die Welt um! Stellt die Welt auf den Kopf! Nehmt euch, was euch zusteht! Nehmt euch euer Erbe! Ihr habt lang genug gewartet! Die Zeit ist da! Führ uns an, Maria! Kommt! Ich will euch führen! Ich will euch führen! Ich will euch führen! Ich will euch führen!